ja herzlich willkommen wieder auf meinem kanal dankeschön dass du da bist wir zocken heute wieder der von hier zwei und machen da wieder weiter wo wir aufhört hatten wir wollten ja uns müssen healing und wissen wasser uns besorgen wir konnten ja bei einem einen tut hier wo waren ja ja hier bei dem tut hier haben es kaufen wir geld hatten wir noch gehabt ja wir hatten gar kein geld mehr gab das heißt und der ist auch durch kollege das heißt wir müssen uns geld besorgen also das heißt wir müssen dann habe ich nicht trocken wir hatten wir haben aber nicht mit er ist er dauer es hält noch einer jetzt level 1 lebst ja noch das heißt wir müssen ein paar sachen hier zusammen bluten und wir verkaufen wir hatten doch das appartement nicht fertig gemacht habe glaube ich mache mir schnell noch das appartement noch mal schnell fertig wir haben ja jetzt die waffe dann können wir jetzt ja alles haben wir die leiche schon gelootet hier weiß gar nicht ich glaube ich schon hier haben wir noch was gefunden ok du denn hier ach mehr können wir eine kiste noch gut was haben wir hier ein t-shirt haben wir gefunden können wir noch anziehen ein t-shirt da ist noch einer woher hier im karton aber ich habe mein knibbel nicht mehr noch einer jetzt ist hier war hier highlight von tüten können wir hier rein gehen aber ich habe da haben wir auch noch mal okay dann machen wir einfach ja okay super wir brauchen aber wasser oder was mal da gehen wir hier rein mal gucken haben wir hier was ich habe mir eine leiche die wir untersuchen können okay was bei mir okay haben wir noch eine gleiche ja schnell untersuchen haben wir noch eine munition gefunden ja super das ist gut haben wir wieder 53 schuss können wir nachladen aber mit drei schuss ist jetzt auch nicht so aber wir könnten immer das t-shirt anziehen ich weiß gar nicht können wir das anziehen ein schwarzes t-shirt ziehen wir doch mal an zack jetzt sehen wir doch wieder richtig stylisch aus hier schwarzes t-shirt weiß cabbie läuft doch das ist die beste body armor die ich gesehen habe aber richtig damit sind wir unverwundbar aber ich war mir im trenne okay dann geben wir nicht dass die türen kommen nach oben weil ich davon haben ja nicht für den dicken können wir untersuchen super was haben wir hier und was finden wir in energy energy trink können wir die nicht trinken dann haben wir doch auch ein bisschen gibt sechs platt wasser ja super und 300 bingo ein bisschen voll aber warte mal ja text speed speed ok so ok gibt 12 hp wenn sie 24 24 24 24 und da gibt es noch ein paar kalorien dazu könnten wir mal essen wird das gehen ja das mitgehen dann haben wir fast 3000 kalorien das sind auch wieder fit gut können wir ja weitermachen ok da haben wir noch ich so alle kann man da irgendwie mit den tut das schreiben hier also kann man auch mit zählen ok jetzt er weg ok so leben nicht wollte ich gerade einladen dass er mal mit auch hier sind auch noch zwei hier kann man die ansprechen ok da kann ich für mich xp kaufen die aus ok aber ich habe einen schrank können wir ja den können wir untersuchen super und was krimier ok nochmal was zu essen oder haben wir noch eine leiche so so jetzt geht's hop hop ah zack was können wir wir sind gedöns ok dann können wir hier wieder raus gehen dann können wir nach oben gehen machen wir oben einfach mal hier haben wir noch eine leiche können wir auch nochmal untersuchen schnell äh äh ha ok wir haben hier noch eine tür machen wir erstmal die tür hier ruhe lebst du noch da ist noch einer ruhe können wir das gelett untersuchen super das geht ja eigentlich mit der waffe geht das halt ziemlich schnell ne ok kann man nachladen hier dann können wir den schrank noch machen naja ja 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 ist eigentlich gar nicht oh diese ac money ist das diese äh money da für die pistole gewesen kann sein aber die habe ich ja verkauft ne die pistole brauche ich ja eigentlich nicht mehr äh mach mal die tür auf danke so dann haben wir hier den ausgang haben wir die tür haben wir hier es zu also auch zu aber nach oben gehen können gehen oh 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 okay okay was will er in der decke da einmal zweimal weg gesagt können wir irgendwas untersuchen die truhe kommode ist das ja ne ja wir munition gefunden aber ich brauche jetzt den schlüssel für die eine tür ich höre mal hier das radio hier ok hier ist dann nichts mehr ok wir kommen da nicht rein da kommen wir auch nicht rein weil wir den schlüssel auch nicht haben ok mit meine schlüsse suchen ist hier gewesen aber ich hier etwas nicht eingesammelt den schlüssel verloren muss ja irgendwo hier sein die knabe hat ihn auch nicht ruhe kommst du noch ernsthaft treppe runter okay dann gehen wir wieder runter okay die war schon drin oder ja doch ja aber ich habe noch nicht komm oder war habe ich nicht eben gehabt hier schon ja haben wir den schlüssel von habe ich die kiste eben übersehen gehabt hier die truhe merkwürdig okay die poste müsste hier super haben wir hier rein super kann ich irgendwas machen da ist die gleiche die man untersuchen kann dann müsste ich jetzt in anderen zweiten schlüssel ja sag ich doch da habe ich den zweiten schlüssel gefunden okay dann können wir ja weitermachen können wir die tür aufmachen so und da werden wir ein paar dicke zombies sein verdammt sind ja sehr viele hier aber ich habe noch genug munition wissen schnell sind es ist noch ein dicker und ein großer das ist ein paar mehr es war schnell so aber sollten wir schaffen wenn wir nach 25 er ist verdammt schnell er ist echt gut schnell dabei oder so ich habe glaube ich irgendwo noch eine schlange gehabt oder okay dann haben wir das auch geschafft dann ist das aus auch fertig aber mal gucken was kann wir hier einsammeln bei dem dicken hier noch ein t-shirt aber ich war das ich habe das eben nicht schnell gelesen können so ja okay ach das ist stufe 2 aber ich kann leider warte mal an ne ne ist das hier okay äh mission lockt okay ja gut da können wir jetzt nachgucken was wir punkte bekommen und so okay das war jetzt nicht unwichtig also hier haben wir das t-shirt das ist ein ganz normales t-shirt okay das wird ja gelb angezeigt alles klar und das wäre ja jetzt genau das gleiche wie das hier aber es hat sogar ich gehe nehmen ich glaube das ist sogar besser hier haben wir das hier ich glaube das ist sogar besser so haben wir jetzt ja das andere da ist aber nachher warum die mal so einschleichen wollen ja ich höre euch ganz genau aber man hat es ja aber auch nicht fehlen das wundert mich einfach so viele zombies hier und dann man kriegt ja wie ein t-shirt das ist hier noch was kann man hier nichts noch machen ich dachte gibt es hier fett blut oder was nee gibt es nicht na gut okay dann sind wir ja auch durch na außer nach oben ja aber oben war ja auch nichts ja gut dann können wir weitermachen würde ich sagen gehen wir am besten wieder auf die straße und machen einfach nichts haus oder geschäft mal fertig könnten ja haben wir wollen mal schauen was haben wir da ist level da ist noch ein spieler hier wie sagt man kann das hier auch gerne wie ich sagt mit zwei zu dritt oder auch spielen wie ich ja schon gesagt hatte aber die meisten machen jetzt immer wie sagt ihr eigenes ding einfach aber ich denke mal so zu zweit oder zu viert oder sowas oder wird es echt mehr viel spaß machen denke ich mal hier nehmen wir den hier hatten wir nicht hier auch noch die die anderen beiden gehabt da wir haben einen raum dahinten oder ist auch noch dieser mehrere aber wir wollen dahinten ich will auch noch einmal nach haben da hat man mir dann drei mal eben also einmal kann ja noch nachvollziehen mal dreimal das ist ja hier wirklich monster eben habe ich ja heute hier will er da nicht hier kann ich mir ein bisschen bisschen zu nahe hier mein freund ok kann man hier irgendwas machen hier die weiß was kommodo wieder hier und da habe ich ein schlüssel von super aber hier haben doch auch noch eine tür können wir da auch noch heißen lagerhaus kann da hinten kann man auch was tuten ja gut ein paar beine würde ich sagen haben wir ein bisschen bisschen munition gefunden das ist gut dann können wir hier wieder raus kann mich noch was machen ok dann können wir hier die haben sich lieb da finden dann machen wir den auf jetzt muss ich mal an die leute hier vorbeilaufen wow da ist noch einer funktioniert ganz schön langsam nach ziemlich langsam nach okay ich muss nachladen ein glück ist die nicht so schnell hier die spuckt ja auch hier wie der andere letzten der andere tut da ab jetzt hier so ja genau die komischen würmer habe ich ja jetzt hier komischen würmer hier so dann haben wir das hier auch schon fertig schon wieder so ein t-shirt ich habe leider keine munition mehr ich muss unbedingt munition finden so der muss jetzt aber auch wieder irgendwie ja könnte ich kann ja mal ja den nämlich mal kann mir ein bisschen heilen hier wieder ich brauche wieder was zu trinken okay kämpfe ich hier irgendwie ich habe noch eine tür so drei schuss habe ich noch das ist nicht viel noch aber hier ein bisschen munition finden dass uns hier die motion ausgeht okay drei schuss dann bin ich leer geschossen dann muss ich mir immer ein bisschen munitionen wir kaufen oder wir müssen was ja hier super haben wir wasser gefunden können wir gleich trinken hier super das passt doch super ich habe aber immer kein geld das müssen wir immer gucken jetzt nee ich muss an dem vorbeilaufen wir können jetzt nicht mehr kämpfen mehr wir haben noch drei schuss sie müssen wir aufbewahren da wir gehen da raus da ist auch noch einer ja es bringt auch nichts zu töten weil da hinten wir haben wir auch noch eine tür gehabt oder können wir noch einen guten oh verdammt ich muss die mal weglocken das ist in der mutternein kommt her gut kommt her ja hier bin ich doch kommt her ja ja jetzt schnell schnell mal hinlaufen den mal liebten hä 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 hallo so besten gibt mir munition ja oha also ausgang wir hatten doch hier er da wollte ich hin aber war ich da eben drin hierbei war ich eben dann ich glaube da müsste das lagerhaus gewesen sein oder ein büro wow ne 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 ich hau ab hier war nichts mehr drin okay da hatten wir hinten wir sind das ist mehr geworden ne 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 ach komm leute ja wie wir kommen denn da rein Lass das doch mal wie gehen wir da hinten durch die tue Also ich glaube, waren wir nicht eben hier schon mal, ja doch, hier waren wir doch Hier waren wir doch eben, da könnten wir doch die Leiche irgendwie tun Dann sind wir doch hier fertig Genau, dann können wir doch einfach, wir haben im Prinzip Doch einfach jetzt wieder rausgehen, dann haben wir doch Das hier auch schon fertig gemacht, das ist doch auch schon mal gut Wo war denn der Ausgang, da hinten irgendwo Oh, war denn hier? Oh, war denn da Hier müssen wir sein, ja genau, hier war Super, dann sind wir wieder draußen Ähm, ich weiß gar nicht, kennen wir Da vorne ist noch ein Zombie Aber den lassen wir mal zufrieden hier Äh, wir werden jetzt mal ein bisschen Munition kaufen Brauchen wir irgendwie Healing oder sowas? Vielleicht ein bisschen, ja, was zu essen oder so Ich hab gesehen, du warst noch nicht abonniert Aber los jetzt!